jo moin leute herzlich willkommen zu dieser neuen prediction kreisliga b1 höchster das verlinke ich noch mal im i und in der video beschreibung mein neues tippspiel aber jetzt tippen wir erstmal kreisliga b höchster 1 let's go oder höchster 2 ich weiß gerade nicht auf jeden fall so 1 oder 2 aber jetzt jetzt let's go die tipps heute um 15 uhr sv grünweiß kollabek 2 verliert gegen vfl langenland 1 zu 3 dann sv dränke gegen sv 18 und 1930 bergheim 2 1 für dränke dann sv holzhausen ehrwitz gegen tuss amelund sind die trennen sich unentschieden 2 zu 2 tuss godelheim gegen tuss tuss lütmaßen 1 zu 2 für lütmaßen sv fürstnau bürdexen gegen tuss bellersen 2 zu 3 für bellersen sv allhausen pümsen verliert gegen sv höchster 2 0 zu 2 und vfl ebersen verliert gegen tuss erkel nemsen mit 1 zu 2 so das war's vom ersten spieltag des neuen protection game kreisliga b 1 oder 2 höchster so wenn euch das Video gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da und wir sehen uns so das war's vom tippspiel lasst ein like da lasst ein abo da tschau so 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 so